Ich freue mich total wieder dabei zu sein. Ich habe ja diesmal einen Freund mitgebracht und wir waren ziemlich aufgeregt, als wir uns dann anmelden konnten und waren total happy, als es dann geklappt hat. Das Wetter ist natürlich heute, dagegen kann man ja nichts tun. Das Event ist trotzdem total super. Wir hatten ja heute schon das Ballfitting gehabt. Also ich habe jetzt den perfekten Ball für mich gefunden. Dann waren wir bei der Scotty Cameron Experience, wo ich festgestellt habe, ja ich bin einfach der Blade-Klassik-Typ. Es war aber trotzdem total schön, einfach mal die ganzen unterschiedlichen Modelle auszuprobieren. Und jetzt quasi noch zum Abschluss das Ironfitting von den neuen Golfschlägern, von der neuen T-Series. Brian fitted ja quasi, also ich habe Brian vor, ich glaube mittlerweile vier Jahren kennengelernt. Damals habe ich noch neue Eisen bekommen, dann war ich bei ihm zum Wedge-Fitting, dann waren wir beim Driver-Fitting, dann waren wir beim Utility-Iron-Fitting. Also er ist auf jeden Fall mein Personal-Fitter und ist immer super-mini.